Das Video wurde nicht gezeigt, aus Zeitgründen. Jetzt ist aber das Panel über die Jugend. Wir möchten beginnen mit einem musikalischen Opfer. Mikwa Steger, die Mitglied und Organizer des Instituts in Kalifornien ist. Er hörte so als Johann Sebastian Bachs Präludium und Fugeln C-Moll aus dem wohltemperierten Klavierspiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Wenn man in die Geschichte zurückblickt zu Momenten großer historischer Veränderungen, dann ist das meistens dadurch passiert, oder teilweise und insgesamt durch Jugendbewegungen. Die italienische Renaissance, die amerikanische Revolution, die Apollo-Mondlandung. Das ist nicht durch Zufall passiert, da ist ein Prinzip dahinter. Ein Prinzip, das Lundler-Rouge erkannt hatte, als er ganz zurück zu seiner eigenen politischen Vergangenheit zurückgegangen ist in den 1916ern und den Jahrzehnten danach. Junge Leute repräsentieren die Zukunft, sie schaffen sie. Sie sind nicht notwendigerweise gefangen in die Aktion der vorgehenden Generationen. Percy Bischielle sagte, junge Leute resonieren in den Schatten der Zukunft, die auf die Vergangenheit geworfen wird. Heute ist es nicht anders. Heute haben wir eine riesige Krise, die die Jugend und die Führung betrifft. Doch die Jugend muss sich qualifizieren, die Zivilisation anzuführen. Ich möchte also unseren Redner anführen, vorstellen und wie das funktioniert. Herr Gatsab-LaRouge wird zuerst sprechen, von Daniel Burke gefolgt, ein Hauptorganiser des Schiller-Instituts. Und er ist auch kandidiert für den Senat in New Jersey. Dann hören wir von verschiedenen Leuten, einschließlich Leuten, die die Bemühungen anführen, junge Leute in verschiedenen Teilen der Welt zu erreichen. Carolina Domingos in Mexiko, Shireen Sultan in Frankreich. Und wir werden auch hören von einigen der Leute, jungen Leute hören, die in einem Dialog mit selber zu klaren stehen. Sie organisieren Interventionen in ihren eigenen Ländern im Namen unserer Politik. José Vega in Freistaaten, Sébastien de Marnie in Peru, Terraro in Kolumbien, Daniel Dufresne in Mexiko. Wir werden von Franklin Ivarie in Tansania hören. In Atev in Jemen, Saref Jahim aus Marokko, der in Paris studiert. Und Frau Brobiak in den Vereinigten Staaten. Dann werden wir einen Dialog führen, wo wir neue, weitere junge Leute hören in einem Chor. Bevor ich Herrn Helga das Wort erteile, möchte ich einen Clip von Linda Rouge spielen. Dieser Clip ist aus einer Rede, die er vor einer Versammlung von jungen Leuten im Februar 2003 gehalten hat. Was ja diskutiert werden wird, ist die Verantwortung für die Jungen. Historisch betrachtet, kann nur eine bestimmte Art von Jugendbewegung die Dinge ändern. An ihre Generationen, aber auch diejenigen unter ihrer Generation, die noch leben und lebensfähig sind. Die sich mit der Tatsache konfrontiert, dass die Generation ihrer Eltern ihnen eine Welt ohne Zukunft geschenkt hat. Mit dieser Kultur, die heute forscht, können sie sich nicht argumentieren. Es gibt keine Möglichkeit, denn sie können da nicht überleben. Also sie wissen das. Was werden sie dagegen tun? Sie wissen, dass sie keine Zukunft haben, wenn die Gesellschaft nicht verändern können. Aber sie sind eine Generation, die sich in der politischen Entscheidungshinder-Gesellschaft in einer kontrollierenden Position befindet. Was sie also tun, ist, dass sie Missionäre und Missionare hinausgehen und damit beginnen, die tote Generation, die Generation ihrer Eltern in der Gesellschaft zu organisieren. Und sie sehen die Wirkung, die sie haben, wenn sie an diesen verschiedenen Orten wie dem Campus auftreten. Gehen sie an Orte wie die Landtagsabgeordneten oder den Kongress, sie sehen die Wirkung, die sie haben. Wenn sie zu vierte oder zu fünfte oder zu sechs kommen, wissen, wovon sie richtig sprechen. Das ist mehr als die meisten dieser Abgeordneten und andere tun können. Sie haben eine Wirkung auf sie. Was dann geschieht, ist nicht magisch, es ist prinzipiell, ob die Menschen es wissen oder nicht. Der Unterschied zwischen dem Menschen und einem Affen besteht darin, dass die menschliche Spezies das tun kann, was kein Affe, kein Affe und kein Elgor tun kann. Dass sie tatsächlich gültige Ideen von Prinzipien aufnehmen und sie an die nächste Generation weitergeben. Das ist der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Affen. Der Mensch ist in der Lage, universelle physikalische Prinzipien zu entdecken durch eine Entdeckungsmethode, die durch Platons Dialog veranschaulicht wird oder durch den Fall Kepler oder durch den Fall Gauss oder Leibniz. Der Mensch kann das tun und diese Entdeckung über das, was es im Hinblick auf die Prinzipien im Universum gibt, weitergeben und an neue Generationen weitergeben. Diese Entdeckung und ihre Weitergabe erhöhen die Macht des Menschen im Universum, pro Kopf und pro Quadratkilometer. Daher ist das Wichtigste am Menschen die Gesellschaft. Wir alle sterben. Jeder wird sterben. Das sterbliche Leben eines jeden wird zu einem Ende kommen. Wir haben also ein sterbliches Leben. Was werden sie damit tun? Wie lang ist es? Es ist nicht das Wichtigste. Es geht darum, was sie aus ihrem Leben herausholen und zurücklassen. Was hinterlässt man? Man hinterlässt jüngere Menschen. Sie hinterlassen aufeinanderfolgende Generationen von jüngeren Menschen. Man hinterlässt das, was man an sie weitergibt. Was man zu ihrer Entwicklung beiträgt. Zu den Umständen ihrer Arbeit im Leben. Zu den Bedingungen der Gesellschaft. Die ihnen die Möglichkeit zum Leben gibt. Und wenn man weise ist und an einer Generation lebt, denkt man an das Sterben. Nicht im Sinne einer morbiden Sache, aber man sagt, ich werde irgendwann sterben. Nun, und solange ich noch hier bin, werde ich in eine gewisse Arbeit erledigen. Meine Aufgabe ist es, in dem Maße, wie ich dazu beitragen kann, zu garantieren, dass die nächste Generation alles haben wird, was wir an Wissen haben. Und dass die nächste Generation ein besseres Leben haben wird, als wir es hatten. Und dass künftige Generationen von dem profitieren, was sie in unserer Generation geleistet haben. Jetzt werden wir zu Helga Zepa-Rusch schalten aus Deutschland. Die Vorsitzende des Schiller-Instituts. Helga, bist du da? Jawohl. Ich möchte Ihnen mitteilen, was Herr Friedrich Schiller geschrieben hat, weil das Schiller-Institut danach benannt ist. Warum studieren wir Universalgeschichte? Das war eine Rede, ein Vortrag, den Schiller in Jena vor Studenten 1789 gehalten hat. Er sprach vor ganz vielen Studenten, die einige von uns jetzt hier versammelt sind. Und er sagte, dass der Umstand, dass wir uns hier versammelt haben, und das kann man auf unsere Situation übertragen, muss man all das gesamte Universalgeschichte berücksichtigen. Wenn man mit einer speziellen Geschichte oder Familienhintergründe hat, etwas, was dieses Webinar ihn weit beitreten lassen ließ. Und er sagt, dass das, was Menschen zusammenbringt und einzigartig macht, auf den historischen Moment darauf zu reagieren. Wir wären heute nicht hier ohne den Mann, den Sie gerade gehört haben, ein verstorbener Ehemann Lindlau-Usch, der wirklich der spektakulärste, wissensreichste Mann seiner Zeit war. Er wusste wirklich praktisch alles. Er hat achtmal als Präsident kandidiert. Er hat in der Welt herumgereist, in Mexiko, in Indien, in afrikanischen Ländern, die alle ausgedrückt haben, dass sie der einzige Amerikaner sei, dem sie vertrauen konnten. Und er hat eine einzigartige Methode der wissenschaftlichen Erkenntnis entwickelt. Er sagte ganz wichtige Dinge voraus, in der wir uns heute auch befinden. Er sprach von einer Pandemie, von einem systemischen Kollaps des Systems. Und es war offensichtlich nicht der Fall damals, denn alles schien richtig zu laufen. Wenn Leute nach ihm gehört hätten, wären wir heute nicht in der Situation, in der wir uns befinden. Er hatte eine unglaubliche Vision, wo die Menschheit sein sollte, was sich ausgedrückt hat in einem tollen Film, die Frau im Mond, was ausgedrückt ist in seinen Schriften, die nächsten 50 Jahre der Erde, die alle extrem visionäre Ideen waren, worin die Weltmenschheit gehen sollte. Aber ich möchte eine Qualität hervorheben, die ihn unterscheidet von wirklich ganz allen anderen Leuten. Er hat eine unglaubliche Leidenschaft für die Menschheit. Und da es heute nicht so beliebt ist, dass Menschen, dass Jugendliche Passion Leidenschaft für die Menschheit haben sollten, dann ermute ich sie, diese Agape von Lindner Rush aufzugreifen. Denn wenn wir die Menschheit, die Zivilisation retten wollen und sie sollen die retten, denn es ist ihre Zukunft, dann brauchen wir genau diese Art unglaubliche Liebe für die Menschheit. Und dann gibt es kein Problem, das man nicht lösen kann. Das ist eigentlich, was ich vorausschicken will. Vielen Dank, Helga. Als nächstes werden wir von Daniel Burke hören. Er ist ein Organizer-Mitarbeiter mit dem Schiller-Institut in den USA. Und er redet nun über das Thema, wenn ihr an deren Stelle sitzen würdet, was würdet ihr tun? Danke, Megan. Das Schiller-Institut hat diese Konferenz mit dem dringenden Ziel einberufen, einen gipfeltreffenden Führer der sogenannten vier Mächte zustande zu bringen. Russland, China, Indien und die Vereinigten Staaten. Ich richte meinen Vortrag an die Jugend der Welt, um sie zu ermutigen, selbst zu untersuchen, was der Charakter eines solchen Gipfels sein sollte. Denn wie könnt ihr, ohne eine persönliche Vorstellung davon zu haben, was erreicht werden sollte, wirklich verlangen, dass dieses Treffen stattfindet? Meine Frage lautet also, wenn ihr dort sitzen würdet, also an deren Stelle sitzen würdet, was würdet ihr tun? Ihr könnt auch stehen, sitzen ist nicht obligatorisch. Es könnte nützlich sein, mit der Frage zu beginnen, wer genau es ist, an deren Stelle wir sitzen. Nicht im Sinne von, wer sind Trump, Putin, Xi und Modi persönlich, aber eher, wer ist ein nationaler Führer und was sind seine Verpflichtungen? Also, welche Autorität wird euch übertragen, wenn ihr ihren Platz annehmt? Und woher kommt diese Autorität? Einige, wie vielleicht John Bolton, würden sagen, dass die Autorität der US-Präsidentschaft in ihrer gewaltigen Macht liegt, der militärischen Macht, die Macht zu töten. Dies sind die Erben von Drasymachus, regelrechte Satanisten, die in der Tat den Begriff Autorität auslöschen, indem sie die Kraft zur Höchsten in Zanz krünen. Kraft ohne Rücksicht auf ihren Urheber. Dieser Begriff der Autorität ist genau derjenige, der ein Gipfeltreffen verhindert. Es ist wie Mike Pompeos Doktrin der Abschreckung. Hört es sie zuerst, dann können sie nichts Unrechtes tun. Für viele Amerikaner liegt die Quelle der Autorität eines Präsidenten im Begriff der Demokratie. Da wir unseren Präsidenten gewählt haben, erhält er seine Autorität vom Volk. Er sollte ihren Willen vertreten. Das sind die Leute, die nicht mein Präsident auf ihre Autoaufkleber schreiben. Was aber, wenn ihre Bürger aufgrund der Irreführung in der Vergangenheit zu einem Haufen wahnsinniger Degenerierter geworden sind? Was, wenn ihr Wille darin besteht, Drogen zu nehmen und Videospiele zu spielen? Das wäre ein schrecklicher Gipfel. Wenn wir unsere Herangehensweise ändern und sagen, dass diese Autorität von der Zustimmung der Regierten und nicht vom Willen des Volkes herrührt, dann stellt sich eine offensichtliche Frage. Auf welche Autorität beziehen die einzelnen Personen ihre Zustimmung? In der Unabhängigkeitserklärung unserer Nation beantworteten wir diese Frage mit einem Appell an die unveräußerlichen Rechte, die allen Menschen von ihrem Schöpfer verliehen wurden, auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Letztlich leitet sich daher die Autorität des Präsidenten und auch die Autorität des Führers einer souveränen Nation, also nicht vom Volk ab. Nicht einmal von der Verfassung oder der Unabhängigkeitserklärung, denn es sind ja keine Worte aus deren Seiten aufgesprungen, um ihm die Schlüssel zum Weißen Haus zu geben, sondern vielmehr von den natürlichen Rechten des menschlichen Individuums nach dem lebendigen Abbild Gottes. Wenn Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gefördert werden, sind die Verpflichtungen dieser Autorität erfüllt. Dasselbe Konzept ist in China als Mandat des Himmels bekannt. Das schafft ein weiteres Problem. Ihr solltet besser herausfinden, was dieses Ding, das Glückseligkeit genannt wird, ist. Wenn ihr also deprimiert seid, werdet ihr das aufgeben müssen. Ich behaupte, dass das größte Glück das ist, was unseren einzigartigen menschlichen Eigenschaften am ehesten entspricht. Wir sind keine Tiere. Wir sind kreative Geschöpfe. Wir denken, wir entdecken, wir widmen uns der Zukunft, nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft. Hier kann ich euch von der Idee erbringen, dass ihr wichtig seid, weil ihr jung seid. Nein. Es liegt daran, dass ihr Menschen seid. Ich zitiere Herrn LaRouche. Das Naturgesetz ist die Hypothese, die dem notwendigen und hinreichenden Grund für das erfolgreiche Fortbestehen der Menschheit entspricht. Das heißt, der menschliche Fortschritt im Universum hin zu einer immer größeren Beherrschung seiner Prinzipien ist eine wesentliche Funktion dieses Universums. Und wenn wir das machen, dann arbeiten wir in Kohärenz mit dem Universum. Wie der deutsch-amerikanische Weltraum-Pionier Kraft Eriker sagte, indem er sich durch das Universum ausdehnt, erfüllt der Mensch sein Schicksal. als ein Element des Lebens, das mit der Kraft der Vernunft und der Weisheit des moralischen Gesetzes in ihm selbst ausgestattet ist. Ich denke also, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Autorität dieser vier Führer, dieses neue Paradigma zu schaffen, von der Kolonisierung des Sonnensystems und implizit der Galaxie abhängt. Euer heutiges Handeln ist notwendig, also das ist das menschlichste Ding, was wir heute tun können. Euer heutiges Handeln ist notwendig für die vor uns liegende Aufgabe, die für die Schaffung und dieser Zukunft von entscheidender Bedeutung gewesen sein wird. Wir müssen also heute die ungerechte Herrschaft von Drasymachus über die Weltbeziehungen aufheben. Seine Paläste in der Londoner City, in Lower Manhattan und jedem anderen internationalen Finanzzentrum sollten wieder in Besitz genommen werden und seine Massenvernichtungswaffen, also die Finanzderivate in dem Fall, sollten in einer Höhle begraben werden, wo sie niemandem schaden können. Ein solches Vorgehen würde das Zeitalter des Prometheus entfesseln, wenn solche Wunder vollbracht werden wie die Begründung einer Freiheit von materieller Not für jedes Menschenkind. In der Zukunft, wenn selbst der Mond und die Erde, die laut Percy Shelley schon immer verliebt waren, endlich heiraten werden, dann wird die Zeremonie zur Gründung des ersten internationalen Monddorfes stattfinden. Und falls Sie denken, ich sei zu optimistisch, denken Sie an die Worte von Lysander Spuna aus seiner Abhandlung von 1860, die Verfassungswidrigkeit der Sklaverei. Er sagte, das Naturrecht kann von willkürlichen Institutionen überboten werden, aber sie wird ihnen niemals helfen oder sie aufrechterhalten. Dies zu tun, hieße für sie Widerstand zu leisten und sogar ihre eigene Autorität zu leugnen. Es würde den Fall eines Prinzips darstellen, das gegen sie selbst kämpft und sich selbst überwindet. Stattdessen würde sie bei der ersten Gelegenheit ihre eigene Autorität geltend machen. In dem Augenblick, in dem das Willkürrecht durch seine eigene Beschränkung erlischt, nimmt das Naturrecht ihrer Herrschaft wieder auf. Hier finde ich also die Aufgabe der Jugend. Betrachtet euch nicht als Jugend an sich, sondern als Praktizierende der natürlichen Rechte des Menschen. Entdeckt selbst die Grenzen des Willkürgesetzes der Oligarchie, das die Menschen als Ganzes daran gehindert hat, im Einklang mit dem Naturrecht zu handeln. Was sind die Grenzen der Macht eines Tyrannen? Wo ist die schwache Flanke des Feindes? Ich glaube, sie liegt in der Schwachheit des sogenannten postmodernen Paradigmas. Die sogenannte vorherrschende Meinung sagt uns, dass wir frei von Urteilen, frei von Verantwortung, frei von Regeln oder Grenzen für unser Verhalten sein sollten oder wollen, freies WLAN oder immer beliebter, wir werden ermutigt, die Gesellschaft so zu führen, wie die Big Tech Firmen, die sozialen Medien führen. Blockiert jeden, dessen Ansichten von euren Abweichen. Diese sind nicht menschlich. Ihr habt das Recht, ihr Leben zu ruinieren, wenn es notwendig ist. Und über dieser Erzählung stapelt sich die Meta-Erzählung, nämlich, dass das Universum als solches grundlegend unbekannt ist und dass Erzählungen die Art und Weise sind, wie wir unserem Leben einen Sinn aufzwingen, während wir alle mit einem wissenden Blick anerkennen, dass eine solche Aufgabe in Wirklichkeit bedeutungslos ist. Man kann wissen, ob man Death Metal, Lo-Fi, Hip-Hop oder K-Pop mag, aber man kann den Sinn seines Lebens in der Geschichte nicht kennen. Man kann wissen, ob man sich als linkslibertär oder rechtsautoritär identifiziert, aber man kann nicht wissen, wie man die Armut beenden kann. Armut, menschliches Leid, das ist nur ein Teil des Pastiche, der millimetertiefen Collage von Erfahrungen, die unser Leben ausmachen. Diese betrügerische und ziemlich satanische Sicht des Universums ist eine schwache Flanke. Überall auf der Welt haben sich die realen physischen, wirtschaftlichen Bedingungen durchgesetzt. Die Leidenschaften der Menschen brechen aus und werden manipuliert, um uns weiter zur Massentötung der verarmten Weltbevölkerung zu treiben. Aber mein Glaube ist es, dass eine kleine Zahl von Menschen, die sich dafür einsetzen, eine höhere, schönere Vorstellung von der Natur des Menschen zu entwickeln, kann einen bestimmten Ton anschlagen und den Kurs ändern, und zwar den Kurs der Geschichte. Und ich denke, das ist nicht nur ein hoffnungsvoller Wunsch, sondern es ist die Hoffnung an sich, auf die wir uns immer verlassen haben. So, zum Ende. Werden Sie in sich selbst, werdet ihr in euch selbst die moralische Führung finden, um euch selbst und andere dazu zu bringen, die Prinzipien des Naturrechts zu entdecken? Herzlichen Dank, Daniel. Als nächstes werden wir von Carolina Dominguez hören, die das Schiller-Institut in Mexiko anführt. Und sie wird von anderen, nämlich Sebastian Debernati aus Peru und jemand aus Peru und aus Colombia begleitet. die Idee ist, gebt uns die großen Ideen zurück, die von uns gestohlen wurden. Guten Tag, mein Name ist Carolina Dominguez aus Mexiko. Guten Tag, mein Name ist Carolina Dominguez aus Mexiko. Ich möchte Sie zu dieser internationalen Konferenz begrüßen, die ein Ergebnis der Bemühungen des Schiller-Instituts ist, dem ich seit einigen Jahren angehöre. Ich möchte mit Ihnen unsere Begeisterung und Hoffnung auf die Schaffung einer internationalen Jugendbewegung teilen. Lyndon LaRouche und seine Bewegung, der wir angehören, haben sein ganzes Leben lang die Idee verteidigt, eine Jugendbewegung zu schaffen, die sich mit den tiefgründigsten Ideen beschäftigt, die die Menschheit hervorgebracht hat. Diese tiefgründigen Ideen stehen für die Schaffung neuer Institutionen. LaRouche sagte immer, wenn man einen Präsidenten ausbilden und eine Gesellschaft verändern will, sollte man eine Jugendbewegung gründen. Und genau das haben wir getan. Die Jugendbewegung, die wir jetzt schaffen, basiert auf der Idee, der Jugend das zu geben, was ihr an ihren Universitäten, ihren Schulen und im Allgemeinen gestohlen wurde. Sie haben ihnen die Idee gestohlen, dass sie das Universum kennenlernen können und die Prinzipien beherrschen können, die das Universum, in dem der Mensch lebt, regieren. Sie können diese universellen Prinzipien nicht nur verstehen, sondern sie auch annehmen, beherrschen und zum Wohle der gesamten Gesellschaft anwenden. Wie Sie während dieser Konferenz gesehen haben, ist es wichtig, dass die Jugend und die neuen Generationen diese Konzepte beherrschen. Daher ist unsere Arbeit in Mexiko, Kolumbien, Peru, Chile, Argentinien, Venezuela und generell in den spanischsprachigen Ländern besteht also darin, diese Jugendlichen, die daran interessiert sind, die Geschichte zu verändern und die an einem internationalen Prozess teilnehmen wollen, mit anderen Jugendlichen zusammenzubringen, die nicht bereit sind, sich bloß von den Medien sagen zu lassen, dass es eine traurige Situation ist, dass täglich viele Menschen sterben, sondern dass sie es ändern müssen. Sie können nicht einfach darauf warten, eines Tages Teil dieser Statistiken zu sein, sondern sie müssen handeln. Und das ist es, wozu die LaRouche-Bewegung da ist, um diesen Weg weise zu geben. Wir halten wöchentliche Treffen ab, um Kepler zu studieren, den Astronomen, den uns LaRouche gebeten hat, zu verstehen. Kepler hat gezeigt, wie Menschen in der Lage sind, diese Prinzipien zu verstehen und er hat uns Dokumente hinterlassen, die es uns ermöglichen, seine Methode und sein Denken zu verstehen. Wir studieren auf Friedrich Schiller. Gerade jetzt lesen wir die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Es hat die Jugend total verblüfft, wie ihnen all diese Ideen an den Universitäten vorenthalten wurden. die Jüngeren in diesen Versammlungen sind diejenigen, die am meisten betroffen sind, weil sie denken, dass ihre Ausbildung nur daran bestand, Dinge zu lernen, eine Prüfung zu bestehen und sie dann zu vergessen. Jetzt erkennen sie, indem sie sich an unserer Bewegung beteiligen, dass das Wissen und die Methode, diese Lernen, nützlich sind, um die Gesellschaft zu verändern. Die Botschaft, die ich Ihnen geben möchte, lautet also, sich dieser Bewegung anzuschließen und sich an ihr zu beteiligen. Ich erwarte nicht, dass Sie all den Ideen zustimmen, die auf diesen Podiumsdiskussionen diskutiert werden, aber ich glaube, wir haben alle irgendwann das Gefühl gehabt, dass die Dinge nicht in Ordnung sind und dass es notwendig ist, etwas zu tun, Verantwortung als junge Erwachsene zu übernehmen. Die folgenden Botschaften, die wir hören werden, stammen von Jugendlichen, die wir gebeten haben, zu kommentieren, was sie von der Arbeit halten, die wir mit ihnen geleistet haben. Jugendliche aus Peru, Kolumbien und Mexiko, die die Gelegenheit genutzt haben, die Ideen kennenzulernen, die ihnen in ihrer formalen Ausbildung gestohlen wurden. Deshalb lade ich Sie ein, sich daran zu beteiligen. Wir haben jede Woche Treffen und diese Bewegung wächst. Die ganze Arbeit, die Linden LaRouche entwickelt hat und es uns ermöglicht, Ideen zu meistern, die uns helfen, die Geschichte zu verändern und die nicht mit einer völlig ungewissen Zukunft versöhnt sind. Das ist meine Botschaft an Sie. Wir sind hier, damit alle Jugendlichen an diesem Prozess teilnehmen können. Ich danke Ihnen vielmals. Guten Tag. Mein Name ist Sebastian de Bernardi aus Lima, Peru. Ich möchte Ihnen von einem Dialogtreffen berichten, dass wir am 17. Juni unter Beteiligung von Jugendlichen des Schill-Instituts aus Lateinamerika zum Thema des Vorschlags zur Schaffung von 1,5 Milliarden neuen produktiven Arbeitsplätzen in der Welt durchgeführt haben. Dieses Programm ist eine Antwort auf die weltweite Wirtschafts- und Gesundheitskrise und auf das dringende Bedürfnis der gesamten Bevölkerung nach mehr Entwicklung für ihr Leben und das ihrer Familien. Verschiedene große Projekte, die das Schiller-Institut für unsere Länder vorgeschlagen hat, können einen großen Einfluss haben, sowohl auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, die die Lebensqualität der Menschen verbessern, wie zum Beispiel den Zugang zu einer besseren Bildung und Kultur, um sie durchführen zu können, als auch auf den Nutzen, den sie kurzfristig bringen würden. Das Dialogtreffen war von einem gemeinsamen Optimismus geprägt, der aus der gemeinsamen Suche nach Antworten auf die Probleme der Zeit resultiert, die unsere Länder überfordern. Und so trafen wir uns dieses Mal virtuell in der Hoffnung, dass wir uns aufgrund der abgeschlossenen großen Projekte bald tatsächlich treffen können. Hallo, Freunde. Mein Name ist Andres aus Bogotá, Kolumbien. Ich möchte Sie einladen, die Vorschläge der Bewegung kennenzulernen, die Helga und Lyndon LaRouche ins Leben gerufen haben, um die wirtschaftliche und soziale Entropie umzukehren, die uns das heutige Chaos beschert hat. Wir müssen lernen und uns die Werkzeuge aneignen, um eine saubere und nachhaltige Zukunft zu schaffen, die von Vernunft, Moral und Kunst inspiriert ist. Wir Jugendlichen werden die Welt der nächsten 50 Jahre aufbauen. Schließen Sie sich dieser wunderbaren Bewegung an und beteiligen Sie sich an ihr. Hallo, wie geht es Ihnen? Ich bin Daniel und ich freue mich sehr, Sie aus Mexiko begrüßen zu dürfen. Ich habe eine sehr wichtige Botschaft für Sie, vor allem für die Jugend. Wir leben in einer Welt, die sich immer schneller verändert. Aber das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist die Unterdrückung durch die Mächtigen, die mit den Menschen der Welt spielen. Wir leben im wichtigsten Zeitalter der Menschheit, eine Menschheit, deren Zweck es ist, zu wachsen und jene Aspekte des Lebens zu verbessern, die uns menschlich machen. Liebe, Leidenschaft, Freude und Methodik. Die Mächtigen haben uns all dies genommen und sie werden dies auch weiterhin tun, wenn wir diese Realität nicht ändern. Glücklicherweise gibt es einen Plan, einen Plan, der von den tiefgründigen überlegenen Überlegungen von Lyndon LaRouche inspiriert ist, der im Wesentlichen ein Lehrstück für den Kampf gegen die Probleme ist, die durch die kranken Ambitionen der Kreise, der Wall Street und der City of London verursacht werden. Dieser Plan erfordert die größtmögliche Zahl von Jugendlichen mit ihren Träumen und Hoffnungen, um eine bessere Welt zu schaffen, in der man leben und nicht nur überleben kann. Das Glas-Diegel-Gesetz wird umgesetzt, die Banken werden unter Quarantäne gestellt, weil sie bankrott sind und die Blase der giftigen Derivate wird eingefroren. Wir werden fordern, dass die Staats und Regierungschefs Russlands, Chinas, der Vereinigten Staaten und Indiens zusammenkommen, um über die nächste Phase des industriellen Wachstums zu entscheiden, die es uns ermöglicht, mehr zu wachsen und gleichzeitig weniger zu verbrauchen. Die Welt mit Hunderttausenden von Kilometern Hochgeschwindigkeitseisenbahnstrecken zu verbinden, mehr als 1,5 Milliarden Arbeitsplätze in der ganzen Welt zu schaffen. Die Zeit für die Veränderung der Welt ist gekommen und wir brauchen sie jetzt. Lassen Sie uns jetzt kämpfen, um diese Realität möglich zu machen. Lassen Sie uns alle kämpfen, um die Welt zu befreien, um nationale Barrieren abzubauen, um Ehrgeiz und Hass zu beseitigen. Lassen Sie uns für die Welt der Vernunft kämpfen für eine Welt in der Wissenschaft, in der der Fortschritt uns alle zum Glück führt. Brüder, im Namen der Freiheit müssen wir uns alle vereinigen. Sie haben jetzt gehört von den Vereinigten Staaten und aus Iberoamerika. Wir gehen jetzt über den Atlantik. Es ist schon ziemlich spät. Wir hören jetzt von Franklin Mereri. Er ist der Partnership-Koordinator für die Organisation You Lead. Hallo, Franklin. Hallo, Megan. Schön, von dir zu hören. Danke. Es ist eine Freude. Es ist eine Freude. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Welt, erlauben Sie mir, Sie in dem berühmten Suaheli-Gruß zu begrüßen, Jumbo, was einfach bedeutet. Hallo, mein Name ist Franklin Mereri aus Kenia. Ich vertrete das You Lead-Programm. Das ist Ostafrikas Vorzeigeprogramm für die Entwicklung junger Führungskräfte, das sich dafür einsetzt, das Potenzial junger Führungskräfte für eine wohlhabende Region freizusetzen. You Lead ist ein kollektives Jugendprogramm, das vom MS Training Center und dem Hauptquartier der ostafrikanischen Gesellschaft in Rosja in Tansania ausgerechnet wird. Es wird vom You Lead-Konsortium aus über 25 staatlichen und nicht staatlichen Partnern aus allen sechs Mitgliedstaaten der ostafrikanischen Gemeinschaft mitfinanziert und unterstützt. Wir sind uns der wunderbaren Arbeit bewusst, die das Schiller-Institut leistet, indem es sich bei Regierungen einsetzt und diese mobilisiert, um definitiv auf die gegenwärtigen Krisen zu reagieren, insbesondere durch die Bemühungen leidenschaftlicher junger Menschen auf der ganzen Welt, die sich verpflichten, Verantwortung zu übernehmen, um ihre Regierungen zum Handeln zu bewegen. Bei You Lead entwickeln wir eine Online-Job-Plattform für ostafrikanische Jugendliche, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzumildern. Die Plattform wird qualifizierte Jugendliche und ja, dass die Folgen dieser Krise seit März und April die Plattform wird qualifizierte Jugendliche und potenzielle Arbeitgeber auf einer Plattform zusammenbringen. 59 Prozent der Menschen haben negative Auswirkungen auf ihre Einkommen und die Mehrheit arbeitet nicht von zu Hause, weil das nicht möglich ist. viele Länder, Entwicklungsländer haben keine Sozialhilfensysteme. Die Plattform vereint junge Menschen und Arbeitgeber. Der Schwerpunkt ist auf verifizierten Fähigkeiten mit einem Punktesystem für erfolgreich abgeschlossene Aufgaben, was Vertrauen schafft. Das sind also Arbeitgeber junge Leute zusammenkommen. Und die Schaffung von 1,5 Milliarden neuen Arbeitsplätzen auf der Welt und die gezielte Finanzierung effizienter Gesundheitsinfrastrukturen in jedem Land wird mehr als nur Gespräche erfordern. Leider sind viele der hehren Ideen, die in der Vergangenheit vorgebracht wurden, wie die Millenniums Entwicklungsziele, viele der nachhaltigen Entwicklungen, die globalen Ziele und Maßnahmen gegen den Klimawandel wegen mangelnder Führungen zurückgefahren worden. Was der Welt im Augenblick vor allem fehlt, sind wahre Führungspersönlichkeiten, die sich nicht kaufen oder verkaufen lassen, Anführer, die der Not und den Bedürfnissen ihrer Bürger und der Menschheit gegenüber wahrhaftig und ehrlich sind, Anführer, die sich nicht davor fürchten, unbestrafte Verbrechen und Knechtschaft beim Namen zu nennen, Anführer, die für das Recht eintreten, selbst wenn der Himmel einstört. Erlauben Sie mir zum Schluss einen berühmten Swahili-Satz zu zitieren, Hakuna Matata, das bedeutet, alles ist gut. Die meisten von Ihnen haben diesen Satz wahrscheinlich schon in Zeichenträgungen gehört. Der Satz appelliert an den optimistischen, gutmütigen Geist der Menschen auf der ganzen Welt. Die Wahrheit ist, dass die Welt gegenfertig mit einer einzigartigen Kombination von Bedrohungen auf allen Seiten konfrontiert ist. Es ist die Zeit für entschlossenes Handeln aller Jung und Alt, reich und nicht so reich von jeder Religion, Rasse und Herkunft. Wenn wir nicht entschlossen und gemeinsam handeln, werden die Folgen verheerend sein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Franklin. Wir hören jetzt von Saar Fahim, eine Studentin aus Marokko, die in Paris studiert und mit unseren französischen Mitgliedern zusammen. Ich möchte meine Gedanken ausdrücken über das, was in meinem Land und in Afrika passiert. Diese jungen Menschen in Afrika sind unterprivilegiert und es fehlt ihnen ein Schulsystem, was sie nicht aus der Armut herausführt. Es gibt viel zu wenige Lehrer und dann kommt das Problem der Sprachbarriere. Schlecht ausgebildete, wer die Sprache nicht beherrscht, der hat in Frankreich keinen Zugang zu einem Studium oder einem Arbeitsplatz und ist dann im Arbeitsmarkt benachteiligt. Diese Leute sprechen Arabisch in ihren Familien und ein anderer Teil der Bevölkerung ist abhängig von privaten Bildungseinrichtungen. Diese kleine Minderheit hat Zugang zu einer sehr teuren Ausbildung und sie bekommen dann die besten Arbeitsplätze. Das hat zu einer wirklichen Krise geführt. Die öffentlichen Schulen sollen eigentlich die benachteiligten Bevölkerungsschichten bessere Chancen geben, aber dass sie versagen. Und die Regierung fragen nicht, sie investieren nicht in die Bildung der jungen Menschen. Und sie ist so wichtig wie der LaRouche-Plan fordert 1,5 Milliarden Menschen zu entwickeln. Die Bevölkerungsschichten hat historisch gezeigt zu accompagner ein gewalt in die und die Bevölkerungsschichten Bevölkerungsschichten Die Essens der Verbrechung von Job ist in der Bildungsschichten der stärksten gegen die mass poverzude. Es ist Zeit Wir sind uns das beste Mittel gegen Massenarmut. Ich frage mich immer... Ja. In der heutigen Welt ist es wichtig, jedes Land muss eine allgemeine Bevölkerung entwickeln. Der einzige Weg, die Jugend aus diesem Kreislauf herauszubringen, ist sie auszubilden. Sie sind stärker von den sozialen Medien erfasst als jemals zuvor. Wir können mehr Leute erreichen. Wir müssen dieses Potenzial nutzen. Wir haben 364 Millionen Afrikaner, junge Afrikaner. Afrika hat die meisten jungen Menschen auf der Welt. 2030 werden 40 Prozent aller jungen Menschen in der Welt in Afrika sein. Und das muss eine Priorität werden für die Regierung, diese Menschen auszubilden. Ich möchte, dass diese Chance ein Recht wird für den gesamten Plan. Das ist unsere Welt. Wir brauchen die nötigen Mittel, um sie zu verbessern. Vielen Dank. Jetzt kommt Shirin Sultan in Paris. Sie wird auf Französisch sprechen. Wir müssen nur kurz probieren, ob die Übersetzung funktioniert. Das ist interessant. Es ist interessant. Es ist interessant. Aber Herr... Oh. Ich habe ein Echo. Ja. Ich habe ein Echo. Ja. Es gibt noch ein technisches Problem. Ein Echo in der Leitung. Ich habe gerade versucht, das zu lösen. Vielen Dank für eure Geduld. Okay. Können wir das noch mal versuchen? Es ist nur ein Test. Wir versuchen das nochmal. Okay. Now we're working. Go ahead. So. Jetzt geht's besser. Ich danke Sarah, die über das Digitale als Chance gesprochen hat. Ich möchte aber auch die negative Seite reden, dieser Digitalkultur heute. Man kann es nennen. Die Jugend, das Digitale und die Zukunft. Oft sind Kinder, deren Eltern, die ihnen sagen, ihr müsst erst arbeiten, bevor ihr ihr Geld ausgeben könnt. Und ihr braucht gute Schulnoten. Dann, wenn sie gute Noten haben, dann geben wir ihnen eine Stunde Fernsehen oder eine Stunde Internet. Das ist eine Art Kindererziehung zu drängen. Die Schulen sind nicht so gut, weil das Niveau ist gesunken. Die internationale Studien, Vergleichsstudien zeigen, dass das Niveau niedriger wird, dass es die Ungleichheit zunimmt. Und wir sehen, die jungen Leute haben viel Erfolg auf sozialen Netzwerken, Instagram, YouTube und so weiter. Also einige junge Leute, das Ziel ist dabei, weil wir gesehen werden, viele Zuschauer haben und junge Leute wollen Influencer sein. Und da gibt es eine Konkurrenz und das Schlechte dabei ist, einige werden Verkäufer selbst sogar gegen ihren Willen. Sie verkaufen die Dinge und verkaufen damit sich selbst. Sie verkaufen Produkte, zum Beispiel Make-up, Kleidung. Ein gewöhnter Influencer bekommen manchmal 20.000 Dollar für ein paar Minuten Video. Einige von ihnen sind unter 8, 10. Die Eltern machen die Geschäfte und sind sehr froh über das Geld, weil sie selbst vielleicht arbeitslos sind. Das ist ein großes Problem. Wer gewinnt? Wer macht eigentlich das Geld dabei? Es sind nicht die Leute, die das Produkt verkaufen. Es sind die, die Unternehmen, die Produkte verkaufen wollen. Wir benutzen nur die jungen Leute, um Dinge zu verkaufen. Die Videos erreichen immer mehr Leute in der U-Bahn. Man sieht es, es verbreitet sich immer mehr. Es gibt professionelle Werbung. Schon vor längerer Zeit wurde das entwickelt. Das Lieblingstobby der jungen Leute ist heute TikTok. Das ist für die Kinder eine der wichtigsten Entscheidungen. Millionen junge Leute nehmen daran teil und abonnieren das Netzwerk. Sie tanzen dann zu Musik, Popmusik und versuchen es möglichst perfekt zu machen, um bekannt zu werden. Sie üben immer mehr und mehr, bevor sie das Video teilen. Und es gibt jetzt Kinder, die in der Schule, in der Unterricht oder zu Hause diese Bewegungen schon unbewusst machen. Sie sehen, der Körper wird zum Roboter. Ihr Verhalten wird da beeinflusst durch diese Dance und so weiter. Die Leute teilen ihre Fotos, ihre Selfies an anderen Orten. Sie bleiben zu Hause, teilen Bilder statt zu reisen und wirklich andere Menschen zu treffen. Die Leute werden Sklaven der sozialen Netzwerke. Die jungen Leute wollen Influencer sein. Die Leute wollen die aufbauen, die Leute momentanlagen zeigen. Sie sind eigentlich ein Problem. Das ist ein Problem. Sie sind ja bei uns. Sie können sagen. Sie können das mal. Es gibt viele junge Leute, die in den sozialen Netzwerken wollen. Sie wollen nicht Influencer als wir sein. Sie wollen in diesen Bereichen sein. Sie wollen Start-ups machen. Sie sind abhängig, weil man Geld braucht am Anfang und das müssen sie bekommen von den großen Unternehmen. Ohne das geht es nicht. Sie müssen sich also dem Willen der großen Unternehmen unterwerfen wie Google, Microsoft und so weiter. Zum Beispiel in Frankreich gibt es eine Station F, wo viele junge Leute Neues anfangen. Und um dabei zu sein, muss man eine gute Zahlen und der Zugang haben will zu Beschäftigung, muss auch sich abhängig machen. Wenn man von den fünf großen Unternehmen abhängig macht, clever genug ist, um das Neue zu entwickeln, dann wird das große Unternehmen das übernehmen und die Leute vielleicht einstellen. Sie nutzen also die Kompetenzen der Leute auch. Aber wir müssen die soziale Umgebung ändern, sodass man sicher ist, dass die Intelligenz der Menschen für etwas Sinnvolles benutzt wird. Die Frage ist, wer will die politische Politiker sein? Ja, es geht um Politik. Jetzt viele Politiker ermutigen die Leute, sie sind sehr mittelmäßig, treten sehr mittelmäßig auf. Wer wirklich ein Start-Upper sein will und das System ändern will, der muss unsere Bewegung mitmachen und sich unserer Bewegung anschließen, studieren, wie Kepler das Sonnensystem studierte. Das bestimmt unser Vermögen zu verstehen, die vier Gesetze, die LaRouche entwickelt hat, zum Beispiel. Und ich möchte euch danken. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Zuhören. Jetzt kommen wir zurück über den Atlantik in die Vereinigten Staaten zu Lissi Broberg, die ursprünglich aus Dänemark stammt, aber jetzt in den Vereinigten Staaten ist. Und die Frage, die sie stellt, ist, sind sie eine geologische Kraft? Ja. Ich will beginnen mit einem Zitat des großen russisch-ukrainischen Biogeochemikers Wladimir Benatzky. Die Neosphäre ist ein neues geologisches Phänomen auf unserem Planeten. In ihr wird der Mensch zum ersten Mal zu einer umfassenden geologischen Kraft. Er kann und muss seine Lebensumwelt durch seine Arbeit und sein Denken neu aufbauen, sie im Vergleich mit der Vergangenheit radikal umgestalten. Vor ihm eröffnen sich größere und umfassendere schöpterische Möglichkeiten. Was wird Ihre Rolle bei der geologischen Gestaltung der Zukunft sein? Wie werden zukünftige Geologen die unwiderlegbare Spur ihres Lebens in ihrem Studium über geologische Phänomene sehen? Wird der Boden nur ihre biologischen Überreste enthalten oder eine große poetische geologische Kraft offenbaren? Benatzky hat das Studium der Natur des Lebens revolutioniert. Als er die chemische Zusammensetzung des Bodens untersuchen, entdeckte er, dass alle Organismen eine Wanderung von Atomen erzeugen, die den Körper durch Atmung, Stopfwechselaktivität und Fortpflanzung durchlaufen. Dieser Prozess neigt dazu, sich in höchstem Maße zu manifestieren. Zudem weist die Evolution der Arten eine Richtungsabhängigkeit auf, die nicht zufällig ist, sondern die biogene Wanderung der Atome verstärkt. Betrachtet man die Anhäufung von Fossilien und das Leben im Ozean, so erkennt man im Lauf der geologischen Zeit eine stetige Zunahme der Biomasse. Das Fleischgehalts, köstlichere Meeresfrüchte, die Zunahme der Biomasse, energetische Lebensweise wie Wolfer, Raubfücher und Schwimmfähigkeit und das Nahrungsangebot. Sehen wir uns einige Beispiele davon an. Vor 400 Millionen Jahren dominierte die Schwammgattung Schelerospongia. Danach nahmen sie ab und die Gattung Demospongia und Hexatinknelidia übernahmen die Vorherrschaft. Das lebende Gewebung der alten Gattung beschränkte sich auf eine dünne Schicht außerhalb des zweidimensionalen Skeletts. Die neuen Gattungen hatten aufrechte ineinandergreifende dreidimensionale Skelettstrukturen entwickelt, die es ihnen ermöglichte, Gebiete mit starker Strömung zu besiedeln, die Wasserströmung zur Ernährung zu nutzen und dadurch ihre biogene Migration zu verstärken. Die vorherrschenden Korallen waren zu der gleichen Zeit die Ordnung Tabulata und Rugosa. Nachdem sie ausstarben, wurden die Ordnung Scheleratinia die vorherrschende Koralle. Während die alten Ordnungen kaum in der Nage waren, sich am Krägematerial anzuheften, waren sie, was sie anfällig für Störungen machte, konnte Scheleratinia durch seine Fähigkeit, sich am Krägematerial festzuhalten und große Kolonien zu bilden, selbst größere Stürme überleben. Solche Gemeinschaften gingen eine Symbiose mit Mikroorganismen ein, die es ihnen ermöglicht, in nährstoffarmen Umgebungen zu überleben. Auch in Brachypulia. Das sind Beispiele dafür, dass das Leben auf maximale Gestaltung und Evolution ausgerichtet ist. 250 Millionen. Die weiteren Entwicklungen konnten dann mehr Nahrung aufnehmen. Und die späteren Gattungen waren dann in der Lage, sich weiter durch die Ozeane zu bewegen. Das ist ein Beispiel dafür, dass das Leben auf maximale Gestaltung und Evolution ausgerichtet ist. Gesteuert durch die Zunahme der biogenen Migration von Atomen in der Biosphäre. Die Noosphäre, die Domäne des menschlichen Geistes, ist in der Lage, diese Zunahme über Prognition und nicht über die Biologie zu steuern. In den Worten Bernatskis, seit dem Erscheinen der zivilisierten Menschheit vor Zehntausenden von Jahren verwandelt sich das Ansatz der Erde und die unberührte Natur verschwindet. Durch unser Denken sind wir in der Lage, die chemische Zusammensetzung des Universums wie keine andere Spezies und die über kurze Zeiträume hinweg durch außergewöhnliche individuelle Beiträge zu verändern. Soll sich also Ihr Leben hauptsächlich in der Biosphäre oder in der Neuesphäre abspielen? Entscheiden Sie sich, eine große geologische Kraft machen? Was würde Shakespeare sagen? Es ist viel zu schön, dem eigenen Selbst zu sterben, darum mache nicht die Würmer zu Deinen Erben. Danke, Lissi. Danke, Lissi. Nächstes kommt eine kurze Videobotschaft von Arij Atev, der Vizepräsident des Bildungsausschusses im BRICS-Jugendparlament in Sanaa in Jemen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, mit mir Ihnen über die Jugend in der Gegenwart und Zukunft zu sprechen. Ich bin Arij Atev, Vizepräsidentin des Bildungsausschusses im BRICS-Jugendparlament. Die Erfahrung, wie wir im BRICS-Jugendparlament gemacht haben, hat uns die Fähigkeit gegeben, zwei Weltsysteme zu sehen, das alte und das neue. Dinge wie das verfügbare Wissen über fünf Schlüssel von LaRouche, die BRICS und ihre Definition haben den Jemen erreicht in englischer und arabischer Sprache. Da ich im Jugendparlament für die Gesundheitserziehung verantwortlich bin, vertraue ich darauf, dass alle Jugendlichen beiderlei geschwächsten Willen haben, sich dem Krieg gegen politische Viren zu stellen, so wie sie tödlichen Viren begegnen würden. Und dies durch die richtige Gesundheitserziehung, die auf der physischen Ökonomie aufbaut, die wir vom Verstorbenen LaRouche gelernt haben. Zur Schönheit des Jemen. Die Zivilisation des Jemen hat einen nur duftenden Geruch. Diese Zivilisation ist die Identität, die die Berichte über das glückliche Wirtschaftswunder ausgelöst hat, wegen der Verschmelzung des alten Weihrauchartes mit der neuen Seidenstraße. Es handelt sich um einen Musterbericht und alle Länder sollten seine Regeln befolgen. Abschließend möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir am nächsten Dienstag den Weltparlamentariertag begehen werden. Welt feiert diesen Tag seit 2018 die Entwicklung, damit sie die Entwicklung in der parlamentarischen Arbeit fördern kann. So wollen wir das tun, damit wir die Ziele der dauerhaften Entwicklung national und international erreichen können. Hallo, ich möchte mit einem Zitat von Schiller beginnen, das später von Beethoven vertont wurde. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, über dem Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Ihr stützt nieder, Millionen. Ahntest du den Schöpferwelt? Such ihn über dem Sternenzelt. Über Sternen muss er wohnen. Ich glaube, nicht einmal Beethoven war sich dessen bewusst, aber er hatte schon lange vor Kennedy ein Weltraumprogramm im Kopf. Beethovens gesamte neunte Sinfonie dient mithilfe der klassischen Komposition dazu, die Ideen und das Wesen von Schillers Gedicht zu entwickeln, nämlich die Schönheit der Menschheit unter dem Bild des Schöpfers. Beethoven fühlte sich unglaublich herausgefordert, dieses Gedicht zu vertonen. Er sagte, dass es vielleicht nicht möglich sei, eine Sinfonie zu erschaffen, die so schön ist wie das Gedicht. Beethovens Komposition der neunten Sinfonie ähnelt insofern dem Apollo-Raumfahrtprogramm, als sie vom Komponisten neue kreative Entdeckungen verlangt, die eine solche Komposition überhaupt erst möglich machen würden. In unserem Bestreben, einen liebenden Vater über dem Sternenhimmel zu suchen, müssen wir neue Entdeckungen machen, die es uns ermöglichen, weiter und schneller als je zuvor voranzukommen. Aber was braucht es, um dieses tatsächlich zu erreichen? Martin Luther King schrieb in einem Brief aus einem Gefängnis in Birmingham, Zitat, Der menschliche Fortschritt rollt nie auf Rädern der Unvermeidlichkeit heran. Er kommt durch den unermüdlichen Einsatz von Menschen, Mitarbeiter Gottes zu werden. Und ohne diese harte Arbeit wird die Zeit selbst zu einem Verbündeten der Kräfte der sozialen Stagnation. Zitat Ende Was bedeutet das, Mitarbeiter Gottes zu sein? Er verlangt, dass man alles einsetzt, was man hat, egal wie groß oder klein es ist. Das erfordert großes Denken, nicht Kleinkariertheit. Nehmen Sie den ärmsten Bezirk in den Vereinigten Staaten, der die höchsten Covid-19-Übertragungs- und Infektionsraten hat, die höchsten Armutszahlen und die meisten Drogenkonsumenten und auch die höchste Zahl unentbehrlicher Mitarbeiter aufweist. Wie kann man von jemandem, der unter diesen Bedingungen lebt, erwarten, dass er mir glaubt, dass ich ihm sage, dass die Menschlichkeit größer ist als das und in ihm das Potenzial für Großes steckt. Ehrlich gesagt hat niemand mehr eine Wahl. Man muss mir glauben, denn wenn sie es nicht tun, werden das Land und die Welt um sie herum implodieren. Der Kampf für eine ehrliche Zukunft beginnt bei denen, die sie am meisten brauchen. Wir müssen eine Politik des New Deal fordern, eine neue Art von Civil Conservation Corps, das sich Space Civilian Construction Corps nennen wird. Darin kann sich jeder zwischen 18 und 26 Jahren sein gottgegebenes Recht nutzen, seine kreativen Fähigkeiten zu entwickeln, um eine wirkliche Zukunft hervorzubringen. Angenommen, Leute, die dieses Programm durchlaufen, sind jetzt dabei, in ihren Gemeinden Krankenhäuser zu bauen, in denen Millionen von Menschen lange nach ihrem Tod geboren werden, oder Schulen bauen, in denen diese Millionen eine ähnliche Ausbildung wie sie selbst erhalten. Dieselben Leute fangen an, Kraftwerke mit einer höheren Energieflussdichte zu entwickeln, bei denen es teuer wäre, teurer wäre, ihnen jeden Monat eine Rechnung zu schicken, als ihr Haus mit Strom zu versorgen. Aber dann gehen sie über ihre eigenen Gemeinden und sogar über ihre eigenen Länder hinaus. Wenn sie älter werden und überall auf der Welt andere Programme umsetzen, dann gehen sie über ihre eigenen Gemeinden und sogar über ihre eigenen Länder hinaus. One of the highest forms of non-violence. I'd like to finish off with a quote from Beethoven's Choral Fantasy. Only when love and power are wed, mankind has God's blessing. So with that being said, are you ready to be co-workers with God? All right, thank you very much, Jose. So we're going to move into our question-and-answer session now. And what we're going to do is we have a number of young people who I mentioned earlier are part of the chorus of voices, who are organizing, educating themselves on and... ...Chor anstimmend sind, die sich selbstständig organisieren, um Teil des neuen Paradigmas zu werden. Was wir wollen jetzt hier aufbauen wollen, ist nicht ein formales Frage-Antwort-Spiel, sondern wirklich eine Diskussion mit den Kommunisten. Wir fragen mit einer Frage, oder vielleicht ist es ein Kommentar von einem Ehrenmitglied der Jugendbewegung, dem Staatssenator Theo Mitchell. Er ist ein ehemaliger Staatssenator aus Süd-Carolina. Er ist ein Mitglied des Vorstands des Schiller-Instituts und ein langer Freund von Helga und Lyndon LaRouge und kämpft schon lange mutig für Gerechtigkeit. Senator Mitchell, herzlich willkommen. Können Sie uns hören? Oh, wir können Sie nicht hören. Can you try it again? No, wir sind noch nicht getting audio von Ihnen. Can Sie make sure Ihre microphone ist unmuted? Okay. Maybe we'll have to come back to Senator Mitchell. Okay, so put that on pause. Wir werden Senator Mitchell später nochmal ins Programm holen. In der Zwischenzeit würde ich gerne eine Frage stellen. Und zwar nach Matty Hurst. Bist du da? Hallo, leider ist mein Video ausgeschaltet, aber wir können dich hören. Also bitte. Ich möchte José für seine leidenschaftliche Rede danken. Das ist das, was wir brauchen. Jemanden, der sich mit den Menschen versteht. Ich möchte auch ein Thema berühren, das sich durch die ganze Konferenz zieht, nämlich Geschichte wird durch Individuen geschrieben. Nur wenn wir als Individuen handeln, wird diese Zukunft auch wirklich eintreten, die wir uns wünschen. José, möchtest du uns etwas sagen oder die Frage beantworten? Ja, es ist wahr. Die Geschichte wird von Individuen verändert. Aber was nützt es, eine tolle Symphonie zu schreiben oder ein Vertragsstück oder ein Essay, wenn jemand es anhört oder liest? Man muss die Menschen organisieren um deine Ideen herum. Martin Luther King Jr. war ein unglaublicher Rediger, ein Befürworter der Gewaltlosigkeit, aber er hat eben, es waren die Menschen, die mit ihm zusammen organisiert haben, die seine Ideen wirklich möglich gemacht haben. Die sind genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger. Eine Sache, die ich sagen will, ist, es gibt einen großen Philosophen, der über Zivilisationen schreibt, die so großartig waren und doch sind sie verloren gegangen durch Krieg oder durch Armut oder Hunger und niemand hat von ihnen jemals gehört. Also wir müssen alle zusammenkommen, zu verhindern, dass wir mal aussterben oder zerstört werden. Genau, ich glaube, ich glaube, das ist, was Shirin war, um die Kultur, und ich wundere, ob Sie wollen, ob Sie kommen in auf das und sagen können. Wir müssen uns einfach mal ein Moment, um die Translation situation zu machen, um, oh, nein, sie ist in Englisch, ich habe vergessen. Okay, Shirin. 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 Ich weiß nicht genau, was ich noch hinzufügen kann. Kreativität ist ein großes Wort, das die Menschen anzieht. Und offen wissen wir nicht genau, worüber wir sprechen. Wenn man wirklich kreativ ist, merkt man es vielleicht nicht in der Zeit. Wenn man selbstbewusst ist, sieht man über eine lange Zeit letztlich den Unterschied zwischen falscher Kreativität und wahrer Kreativität. Ich möchte die Menschen dazu auffordern, die harte Arbeit zu leisten im Bereich der Wissenschaft und mit anderen zusammenzuarbeiten. Denn es nur alleine zu machen, ist sehr schwierig. Für die jungen Leute, die jetzt zuschauen, es gibt auch Klassen und sozusagen Bildungstreffen. Senato Mitchell, können wir sie jetzt hören? Leider nicht. Dann nehmen wir noch eine Frage. Wir lösen das Problem noch. Wir möchten Ihre Stimme wirklich hören. Wir nehmen noch eine Frage von dem Zoom-Treffen hier. Ich wähle jetzt Calvin aus und nach Calvin und dann nach Senator Mitchell möchte ich Vicente oder Mauricio um eine Frage bitten. Man hat mich repariert. Vielen Dank. Ich möchte meinen Respekt äußern gegenüber meinem Freund Helga. Und natürlich an Lynn, meinem langjährigen Freund. Und ich habe Respekt vor seinem Beitrag, seine Voraussicht, die heute immer noch erstaunlich ist. Wir leben in einer Zeit mit einer Regierung, die leider nicht die Wiederherstellung des Namens Lyndon LaRouche bisher getan hat. Das Schiller-Institut hat darüber berichtet, über die Operation Frühmenschen und die Menschenrechtsmissbrauche in der Operation Frühmenschen, wo vor allen Dingen gewählte Afroamerikaner Ziel waren. Lin hat persönlich den Preis gezahlt für seine Aktivität. Der Justizminister Ramsey Clark hat gesagt, das war der schwerste Fall von Missbrauch des Justizsystems, das er jemals gesehen hätte. Und dieser Mann war Justizminister im Kabinett und hat Lynn unterstützt. Wir alle haben das getan. Ich bin so glücklich, dass so viele junge Leute hier teilnehmen an diesem Treffen. Und an dieser Saga ist es unglaublich viel zu tun. Man muss sich immer daran erinnern. Um Gerechtigkeit zu erreichen, die Lynn verdient, müssen wir Menschen reinholen in den Dienst. Selbst wenn wir die vier Mächte zusammenziehen, werden sie nicht eine Sekunde verschwinden, dabei dafür, Linnens Namen wiederherzustellen. Und wir müssen ständig dauerhaft daran arbeiten. Es gibt Missbräuche der Polizei gegenüber den Schwarzen, den Mord an George Floyd. In Arizona, der Tod des jungen Schwarzen, Avery. Es ist Missbrauch. Es ist Jagdsaison. Immer noch. Auf den Schwarzen Mann. Und als Folge davon frage ich das Panel, was für Ideen haben Sie, um uns zu retten? und Lynn und seinen Namen wiederherzustellen. Seine Ehre wiederherzustellen. Bevor ich dem Panel die Frage stelle, werde ich natürlich noch einen Link unter dieses Video stellen. Jeder kann eine Petition unterzeichnen. So, let me turn that over to the panel. Maybe we could start with Daniel and see if you have a response to Senator Mitchell's question. Oh, hold on. We can't hear you. No? Your microphone's muted, apparently. There we go. Okay. Go ahead. Okay. Thank you. Okay, thank you, Senator Mitchell. Was hat Daniel zu Senator Mitchells Aussagen zu sagen? Nun, ich möchte sagen, das Wichtigste, was wir meiner Meinung nach tun können, ist 50 Millionen neue produktive Arbeitsplätze in den USA zu erschaffen. Und insgesamt auf der Welt eineinhalb Milliarden produktive Arbeitsplätze. Da geht es nicht einfach nur um Jobs, sondern das ist das, was erfüllt, wofür Herr LaRouche gekämpft hat, nämlich die menschliche Spezies auf eine ganz neue Ebene der Aktivität zu erheben. Und wir werden alle Leute in den USA besehlen mit dieser Mission für die Zukunft. Und wir werden sehen, dass wir die Fähigkeit haben, die Menschen in Amerika und überhaupt Menschen zu vereinen. Und das Werkzeug, was wir dazu haben, ist die Unabhängigkeitserklärung. Denn es ist die Fähigkeit, in den Menschen sich einer solchen Zukunft zu widmen, und sich wehren gegen die Verbrechen, die viele Leute machen. Wir müssen uns einen universellen Standard des Menschen ansehen, der von uns verlangt, mit solch einer Leidenschaft zu kämpfen, dass wir die Brutalität des Systems überkommen können in allen ihren Facetten, indem wir einen wissenschaftlichen Optimismus etablieren für die Zukunft. Um das klarzumachen, also ich denke, ich bin optimistischer, als ihr seid, dass wir diese Regierung dazu kriegen, Herrn LaRouche zu rehabilitieren. und egal welche Situationen uns im Weg stehen werden, es ist eine Tatsache, dass deren System in einer totalen Zusammenbruchskrise ist. Also die Regeln, die dieses System aufrechterhalten haben, zerbrechen gerade. Das System zerbricht. Daher bin ich der Idee gewidmet, dass es möglich ist, die Ideen von Herrn LaRouche und seiner Person in den USA anzuerkennen. Und das Beste, was wir tun können für diese Rehabilitierung, ist, neue Leute zu rekrutieren für diese Idee. Denn man kann ja die Leute in den nachindustriellen Städten dieser Welt in den USA nehmen, um ihnen zu zeigen, da können wir hingehen in die Zukunft. So kann man ihnen eine tiefere Identität geben und einen Ausweg aus Nihilismus und Verzweiflung, was im Land sehr weit verbreitet ist. Möchte noch jemand etwas sagen in Antwort auf Herrn Mitchell zum Thema Gerechtigkeit? Ja, José. Antwort an Black Lives Matter. Warum gibt es denn kein Raumfahrtprogramm in der Bronx? Das wäre doch passend. Das ist meine Antwort. Ich lebe nur ein paar Blocks entfernt von dem Grab von Gouverneur Morris und er war der Mensch, der die Verfassung geschrieben hat und auch die Vorrede, die Präambel. Und darin geht es um das Allgemeinwohl, nämlich die Möglichkeit, allen Menschen zu geben, sich zu entwickeln und der Jugend die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Ein gewisser Browder war ungerechterweise in ein Gefängnis gesteckt worden, und zwar für drei Jahre, weil seine Mutter konnte es sich nicht leisten, die Kaution zu zahlen. Aber er war tatsächlich unschuld. Unschuldig. Er war kein Zukunft für ihn und das ist eine Tragödie. Und das ist, was zu vielen Amerikanern heute passiert. Viele junge Amerikaner haben das Gefühl, dass es keine Zukunft gibt. Und dass es Zukunft gibt. Ich möchte auch mich beziehen auf den Dialog von Platon, nämlich den Menon-Dialog. da ging es um die Diskussion, woher kommt die Tugend? Und Sokrates sagte, ich möchte einen deiner Sklaven sehen. Und dann fragt ihn Sokrates, ob er hier geboren war und die Sprache kennt. und dann kam es und dann war es klar, dass dieser Sklave aus einem anderen Land kommt und auch nicht gebildet war. Aber er konnte trotzdem Sokrates versucht, trotzdem mit ihm das Quadrat zu verdoppeln. Und der Sklavenjunge schafft das auf seine eigene Weise, obwohl er ungebildet ist. Und der Punkt, den ich meine, ist, es könnte auch andersrum sein, dass der Sklavenjunge eigentlich der Herr ist und Menon der Sklave. Und wenn man sich jetzt überlegt, in 50 Millionen Jahren, wenn jeder seine eigene Galaxie besitzt, was werden dann die Fragen? Werden dann die Fragen wie Black Lives Matter wichtig oder andere Fragen? Ja, Franklin, was hast du zu sagen? Ja, es hat mich sehr gefreut, von den anderen Rednern zu hören und auch von Herrn Mitchell und was er zu sagen hat für die Rehabilitierung von Lyndon LaRouche. Und ich denke, viele Leute außerhalb der USA haben noch nicht von LaRouche gehört. Ich persönlich habe erst dieses Jahr von ihm gehört, als ich angefangen habe, die Wirtschaftslektionen des Schiller Instituts zu hören. Und was mich eben so interessiert hat, ist, wofür er steht, nämlich gegen das Finanzsystem, was gerade so viele Länder zerstört. Und deswegen ist es so wichtig, diese Petition zu unterschreiben. und ich bin sicher, je mehr Leute hören von seinen wunderbaren Worten, desto besser. Denn für was er stand, ist viel größer als nur was die USA betrifft. Das wollte ich sagen. Ja, vielen Dank und vielen Dank an Herrn Mitchell. Wunderbar, dass Sie uns adressiert haben. Nun, Calvin, ich hatte ja gesagt, du kannst als Nächster was sagen, aber jetzt möchte ich doch erst von Vicente hören. Ich wollte eigentlich Helga fragen, aber ich kann gerade sehen, dass sie nicht mehr da ist. Nun, dann möchte ich also die Redner fragen. Wie ist es, wie wir sehen, es ist unvermeidlich und unmöglich, könnte man denken, dass es unmöglich ist, diese Projekte des Schiller-Instituts und der LaRouche-Bewegung zu realisieren, ohne die Globalisierung. und ich möchte über die Konzepte nachdenken, die zur Globalisierung führen. Nun, also das sind alles neue Möglichkeiten, neue Alternativen zur Globalisierung. Geist des Menschen sehen können, es gibt dort keine Multipolarität. Nun, ich möchte fragen, ob die Hinwendung zur multipolaren Welt passt das zusammen mit den physikalischen Gesetzen des Universums, passt das zusammen mit dem menschlichen Geist? Bisher haben wir eine polare Welt. In China sagen sie, man kann zwar über das polare Konzept hinausgehen, aber das ist dann passiv und nicht mehr aktiv. Nun, das sind dann, genau, das wird dann eben passiv werden. Nun, daher wollte ich fragen, ob die multipolare Welt, also die Alternative zur Globalisierung ob das kohärent mit den physikalischen Gesetzen des Universums ist und des Menschen. Ich denke, ist auch dran. Also erst möchte ich von Carolina hören und dann können die anderen was sagen. Anscheinend ist sie gerade nicht dran, also hören wir von den anderen zuerst. Also Lissi, möchtest du anfangen? Ich denke, wir müssen beginnen von der Frage, was ist das Universum? Nun, ich denke nicht, wir können uns einfach wie Leben eben biologisch sich entwickelt hat und Leben hat gefunden, sich selber zu manifestieren und zwar immer effektiver über die Zeit. Nämlich Pflanzen und Tiere haben immer neue biologische Technologien erfunden, um biologische Technologien erfunden, um das zu realisieren. Und jetzt der menschliche Geist ist sogar dem noch überlegen. Und bei Vernatzky, er beschreibt, man hat durch die menschliche Kognition auf einmal eine Explosion in der Welt, durch diese ganzen Entdeckungen, die wir gemacht haben. Ich denke, man kann das Universum nicht auf diese Frage reduzieren, multipolar oder anders, sondern das Interessante ist, unsere kreative Fähigkeit, Lösungen zu finden, uns in uns selber zu manifestieren und durch unsere Gedanken und zwar immer effektiver in diesem Universum. Was denkst du dazu? Was es Vincenzo? Ja, ich denke, das Universum ist, wie Lyndon LaRouche sagte, negentropisch und man kann das Universum eben nicht vom geschlossenen System der Mathematik und entropischen System verstehen. Nun, ich denke, ich habe gefragt, denn wenn in Politik und in der Wirtschaft ein neues Konzept kreieren und einsetzen, das auf der multiplikalen Welt Idee basiert, Ob das funktioniert, denn wenn man sich die verschiedenen Zivilisationen ansieht, scheinen die vergangenen Zivilisationen eben zu sagen, dass die Welt basiert auf Polarität. entweder Nord und Süd oder Elektromagnetismus und Gravitation. Nun, deswegen wollte ich jetzt verstehen, ob dieses multiplare System ein negentropisches oder ein entropisches System ist. Nun, das sind die Aspekte von Wirtschaft, Globalisierung. Nun, ich hatte einfach Zweifel, ob das nun negentropisch oder entropisch sein würde. Nun, was hat Carolina denn zu dieser Frage zu sagen? Das ist der Interpreter sie will be momentarily I hope. Hallo, Dennis, escuchas? Hallo, kann ich gehört? Oh, yes, wir hören her too though, so wir need to kann ich sie hören? Kann sie gehört werden? Ja, vielen Dank. Und was ich euch sagen kann über diese Frage ist, dass du das für dich selber herausfinden musst und du kannst das entdecken. Wir arbeiten an Kepler und das ist die beste Methode Es gibt ein Dokument, das LaRouche für alle Jugend geschrieben hat. Leute, die jünger als ich sind, so jung wie du oder auch jünger als du und das heißt mein Erfahrung mit Leibniz und Kepler. Nun, es ist ganz schön viel harte Arbeit. Und man kommt da voran, wenn man einfach jede Woche daran arbeitet. Und das ist meine Antwort an dich. Daniel, möchtest du was dazu sagen? Nun, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir Globalisierung sagen? Helga Zepp-LaRouche hat das schon oft gesagt und das ist nicht ihre Meinung und damit gehe ich auch einher, dass es sowas wie eine multipolare Welt geben wird, wo man mehrere Pole von Einfluss hat. was gegen die unipolare Welt stehen sollte, das ist die Absicht, wo es nur ein Zentrum gibt, aber beide Möglichkeiten funktionieren nicht, weil in beiden Fällen würde die Oligarchie herrschen und zwar in der heutigen Form des Zentrums in London mit der City von London. Also diese Operation, die Menschheit zu unterdrücken, das ist der Feind, den wir haben. also es geht nicht um eine Nation, die über andere Völker Macht ausführt, zwar haben die USA das für das britische Empire oft gemacht, sondern es geht um die Gemeinschaft eines gemeinsamen Schicksals, so wie John Quincy Adams es sagte, gemeinsames Prinzip. Und was ich nun rüberbringen möchte, dieser ganze Zweck unserer Republik ist es, die Glückseligkeit unserer Bevölkerung voranzubringen. Und es geht nicht nur um Amerikaner, wie auch Benjamin Franklin das betonte, sondern es geht darum, dass die Nationen alle daran arbeiten an diesem Ziel. Und man kann demonstrieren, dass die Welt kein geschlossenes System ist, kein entropisches System. Und daher denke ich, der stärkste Weg, das zu tun, der beste Weg, das zu tun, ist die Kooperierung zwischen USA, China, Russland und möglichst allen anderen Ländern. Denn es geht um die Galaxie. So wie Jose sagte, es wird eine Zukunft geben, in der wir alle unsere eigene Galaxie haben werden, denn es gibt nach heutigem Stand zwei Billionen Galaxien da draußen, also genug Platz für uns. Und es gibt, es ist eine Lösung, wenn man denkt, dass es begrenzte Ressourcen gäbe oder begrenzten Platz. Und dass wir uns entweder in eine unipolare oder multipolare Welt einteilen müssen, sondern es geht um Souveränität und den Respekt für diese Souveränität und für die Übereinkunft zu dieser Zusammenarbeit. Und damit können wir dann eben alles verändern. Nun, jetzt darf Calvin seine Frage stellen. Meine Frage ist an Dennis. Einer der Leute hatte einen Kommentar gemacht, man wird durch soziale Netzwerke zu Sklaven. Menschen kritisiert, die Influencer, wie Leute durch Make-up Verkauf Geld machen und so weiter. Und das hat mich an Uber, den Dienstleister, Autodienstleister Uber erinnert. Nun, es gibt einige Fortschritte in der Gesellschaft, technologische und nicht technologische und manche Leute haben halt gewisse Ideen, wie sie Geld machen. Nun, und meine Frage ist, wenn man Geld macht mit Videos oder mit als Uber Fahrer. Was ist der Unterschied zu den industriellen, industrialisierten Arbeitsplätzen? Das möchte doch nicht jeder machen. Manche Leute sind doch damit zufrieden, wie sie jetzt gerade Geld machen, zum Beispiel durch Videos. Ich hoffe, das war klar, was ich fragen wollte. So, Shirin, was hast du dazu zu sagen? Das ist ja dein Bereich. Und ich denke, da gibt es Gemeinsamkeit zwischen dem und wenn man mal mit der Vergangenheit vergleicht, als Leute noch produktive Arbeit hatten, als die weniger gebildeten Arbeiter waren und die Gebildeteren die Chefs waren, um das zu vereinfachen. Und das war die Frage, weil du hast dich selber gefragt, muss ich denn solche Arbeit finden? Und zwar muss ich das selber machen, weil mir die Gesellschaft ja nicht helfen wird. Also ich muss ja für mich selber kämpfen, das ist ja deine Frage. Und dann werde ich einfach das benutzen, was mir zur Verfügung steht, zum Beispiel meine Videos machen in meinem Zimmer oder meinem Badezimmer und dann werde ich Geld verdienen und damit überleben und dann habe ich bestimmte Fähigkeiten und ich kann bestimmte Software entwickeln und bestimmte Apps entwickeln und in dieser Richtung gibt es keine kollektive Arbeit, sondern wir müssen an dieser Frage arbeiten. Ja, Sarah, der Gerichtetheit ist und wir versuchen gerade eine Verbindung zu dir aufzubauen. Wir können dich immer noch nicht hören? Nun und jetzt? Nein, leider nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Scheint technisch gerade nicht zu gehen. Wir versuchen es später wieder. Jose, was hast du zu sagen? Nun, Calvin, es macht mir immer eine Freude, mit dir zu reden. Nun, tatsächlich hatte ich diese Frage mit ein paar Freunden vor ein paar Tagen. Geht es denn zu arbeiten nur für dich, um für dich selber die besten Bedingungen zu haben? Und das ist dann egal, was du machst, also dumme Videos oder schmutzige Videos und Bilder. Mein Punkt ist ganz einfach. Du bist mehr wert als das. Du bist mehr wert, egal wie viel Gehalt, wie viel Geld auch immer. Wie viel Menge auch immer. Also, wo ist denn dann dieser Wert? Nämlich in der Seele und in deinem Geist. Und das Wichtige ist, was du hervorbringst. Du könntest sterben mit 50 Millionen auf deinem Konto und ganz viel Autos und ganz viel Besitz. Das würde alles nichts bedeuten, denn du stirbst. Du hast nichts beigetragen. Ist das, was du willst, was dein Leben bedeutet? Dein Leben ist nicht durch die Gegenwart, sondern durch die Zukunft geformt. Wenn du in der Gegenwart lebst, stirbst du, wenn du stirbst. Aber wenn du in der Zukunft lebst, wirst du wirklich moralisch. Und das ist, wo wirkliche Schönheit und wirkliche Bedeutung für dein Leben liegt. Und Schönheit. So, Sarah, das Audio funktioniert immer noch nicht. Calvin, wolltest du darauf antworten? Ja, Jose. Ich stimme dem vollkommen zu. Voll ehrlich. Zu allem, was du gesagt hast. Nun, ich denke, aber diese Arbeit hat doch einen gewissen Wert. Wir sollten für die Zukunft leben, aber auch im Jetzt. Nun, es geht, manche Leute brauchen halt einfach einen Job. Wir haben Schönheitszentren in den USA, leider. Aber man muss doch sich dem beugen. Und diese haben auch einen gewissen Sinn, diese Arbeitsplätze. Nämlich, sie befriedigen gewisse Bedürfnisse. Sie befriedigen doch bestimmte Dinge, die gebraucht werden. Macht das Sinn? Also, muss man jetzt diese Arbeitsplätze unwert oder wert als wert betrachten? Franklin, wolltest du auf Calvin antworten? Ja, ich verstehe total, wo Calvin herkommt. Ich bin ein Inhaltsproduzent. Nebenbei bemerkt. Ich produziere Musik. Und was ich sagen kann, Nun, es ist nicht falsch, solche Dinge zu produzieren und dein Talent zu entwickeln, was auch immer es ist. So wie José sagte, deine kreativen Aspekte entdecken. Aber viele Leute sehen das eben nur als ein Mittel zu ihrem Zweck. Es stoppt dann, es hört dann da auf. Was man eigentlich machen muss, ist seinen Geist entwickeln. Und im Mittelalter war das doch die Leute, deren Geist am meisten entwickelt war, waren die Chefs. Und der Rest waren dann Bauern. So ist leider die Welt. Man ist doch darauf begrenzt. Denkt man, wir können aber mehr machen. Um dir ein bisschen zu erklären, meinen Kontext. Viele Leute verbringen sehr viel Zeit, YouTuber zu sein oder auf TikTok zu sein. Das ist ja nicht schlecht, aber wir können sehr viel mehr machen. Nämlich landwirtschaftliche Möglichkeiten entwickeln. Computerwissenschaften entwickeln. Ja, also, wenn man Content, also Musik und so weiter, Videos produziert, das ist ja nicht schlecht, aber wir können sehr viel mehr machen. Und das ist dann auch besser für die Wirtschaft. Das wollte ich sagen. Also, Lissi, go ahead. Ja, Lissi? Hold on. There, you can hear me now, right? Yeah. Okay, so, yeah, just have a question for you, Calvin. Because, Nun, eine Frage an Calvin. Welche Art von Kultur und Denken braucht man? oder brauchen die Leute heute und in der Zukunft, damit wir uns der Situation stellen können, wenn in zwei Milliarden Jahren die Sonne aufhört zu brennen? Ja, wir haben kreative Fähigkeiten, nämlich Probleme zu lesen. Aber welche welche Kultur brauchen wir, um das zu erreichen? Nun, viele Tierspezies sind ausgestorben und wenn wir nicht auf der höheren Ebene handeln, auf eben solch einer Basis, wo wir dann neue Entdeckungen machen, und uns entwickeln, um diese Krise dann in zwei Milliarden Jahren zu lösen, dann können wir auch sterben. Nun, also was was so speziell ist an Menschen, das ist unser Geist, das ist das Beste, was wir haben. Nun, und zur Notwendigkeit, die ändert sich ja auch. Denn jemand macht eine Entdeckung in Richtung, was man pragmatische Jobs nennen könnte, denn also, also was denkst du, welche Denkweise brauchen wir, um diese Probleme, die in zwei Milliarden Jahren aufkommen, zu lösen. Nun, kritisches Denken, intellektuelles Denken brauchen wir, um zumindest diese Zukunft zu sehen und dazu beitragen. Nun, wir brauchen eine kulturkritischen Denkens, so würde ich sagen. Nun, wir müssen uns das anschauen, das ist ja keine einfache Frage, Wie beantworten wir diese Frage? Nun, Lin hatte eine große, hat immer das sehr angegriffen, wo man nur in einer Box denkt und man wird quasi dazu dressiert, Tricks zu lernen. was wir aber machen, wir zeigen jungen Leuten, wie sie selber Entdeckungen machen können und zwar im ersten Schritt mittels Leuten, die schon diese grundlegende Entdeckungen gemacht haben und die dann dadurch große geologische Kraft entfaltet haben für die Menschheit. So wie Carolina das vorhin gesagt hat, die zentrale Frage, wie das Sonnensystem funktioniert, als Beispiel. Nun, und das ist dann die Frage, die wir uns stellen müssen, wie sollen die Menschen sich verändern physisch und durch die Neuosphäre, um die Rolle des Menschen zu redefinieren. Also wir entdecken deren, wir wieder entdecken deren Entdeckungen und dann werden wir auch qualifiziert, diese Frage zu beantworten. Um diese Frage zu beantworten, ich denke, das Problem ist tiefer. Es geht nicht nur um Produkte zu verkaufen, sondern welche Gesellschaft haben wir denn, wenn wir unsere Sicht auf soziale Medien reduzieren? Also wir ermutigen solche niederen Ehrgeiz, einfach nur Geld zu verdienen und dann denken wir, wir können ein normales Leben haben, wenn wir einfach nur Produkte auf Instagram verkaufen. Nun, ich denke, wir erziehen Leute nicht. damit, sondern sie müssen denken, es gibt eine Zukunft. Was die Leute brauchen, ist wirklich eine Vision. Das ist nicht der Weg, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen sollten. Das ist so klein und nicht wirklich überhaupt nicht reich. Social Media, soziale Medien sind nun Teil unseres Lebens und wir müssen lernen, damit umzugehen und uns darauf zu beschränken, damit stimme ich nicht überein. Weil dafür möchte ich nicht studieren, um einfach nur Produkte zu verkaufen und nicht mehr. Das wollte ich sagen. Wir haben eine Frage von Joshua Kisubika, wenn er immer noch da ist. Ja, er ist da. Okay, maybe not. In that case, I think what I'm going to do is, I think I'm going to read one. Oh, good. Yes, we can hear you. Why don't you go ahead. So, I just wanted to pose a question to Daniel, maybe. Nun, ich wollte Daniel eine Frage stellen. Was ist die Position des Schiller-Instituts? Jugend in Uganda. Das ist meine Frage. It was just a question to you. Oh, I see. Would you like me to read from what you wrote? or why don't you go ahead and please read that. Oh, okay. So, I was saying, I was saying that over 700 thousand people reach working age every year in Uganda. and this is expected to raise to an average of one million in a decade from 2030 to ... Es wird in Uganda bald eine Million Menschen geben bis zum Jahr 2040. Auf jeden Fall wird es Unterversorgung geben in Uganda. und viele Leute werden keinen guten Arbeitsplatz haben. Nun, also, wir brauchen eine Führung. Und welche Strategien brauchen wir dafür? Können wir mit euch zusammen machen, um der Jugend in Uganda Hoffnung zu geben? Ja, vielen Dank, Joshua. Ich denke, was du hier aufbringst, ist ein Dialog. Nämlich, was ist Wirtschaft eigentlich? Also, es kommt auf deine Sichtweise ein. Nämlich die Sichtweise, die durch dieses britische imperiale System ausgedrückt ist, ist, dass es die Sichtweise, wenn man viele, viele Münder stopfen muss und man hat nicht genug Nahrung oder man hat viele junge Leute und nicht genug Jobs, dann ist man arm. Aber vom Standpunkt des britischen Systems, und da meine ich nicht, was die USA zuletzt gemacht hat oder auch die meiste Zeit, sondern das amerikanische System der politischen Ökonomie von Alexander Hamilton, auch entwickelt unter Lincoln und seinen Ökonomen und Franklin Roosevelt und Kennedy teilweise und ganz besonders von Lyndon LaRouche. Dann sieht man sich diese Jugend an und sagt, meine Güte, was für unglaublichen Wohlstand haben wir da wegen der kritischen Fähigkeiten dieser Jugend und durch diese kreative Fähigkeit können wir wirklich der Gesellschaft helfen und die Produktivität der Gesellschaft steigern. Und wenn man sich das dann von dem Standpunkt anschaut, dann schaut man sich an, welche Projekte können wir denn machen. Neue Plattformen der Infrastruktur, neue Fähigkeiten für die Region und für den Kontinent und für die ganze Welt, die eine Grundlage für neue Qualität der Wirtschaft legen. Andernfalls wird es ja nicht möglich sein. Also man erschafft eine Zukunft mit der Zukunft. Also man erschafft eine Art nächsten Schritt für das System. da müssen wir Sprünge machen. Und wir müssen uns aber nicht an diese Zwischenschritte halten, die der IWF sagt. Das ist ja kompletter Unsinn. So wie Daisuke Kotegawa das vorhin gesagt hat, im ersten Panel, jemaliger Vertreter Japans des IWF. Das ist ja lächerlich, dass wir von Nationen erwarten, dass sie Schritt für Schritt diese Leiter entlang gehen, der Industrialisierung, das ist ja Quatsch, sondern den Nationen gleich die beste Technologie geben, damit sie wirklich vorankommen und ihre Produktivität entwickeln. Was ich mit dir diskutieren möchte, ist, was sind die Prinzipien, wonach es in deiner Region und auf deinem Kontinent realisiert werden kann. Nun, und wenn wir uns jetzt anschauen, das System kollabiert total. Denn wenn wir das wirklich machen wollen, diese neue Plattform, dann müssen wir das gesamte Finanzsystem verändern. Wir können diese Erstickung nicht mehr tolerieren, der sogenannten Entwicklungswelt, sondern was das Schiller-Institut vorschlägt, ist eineinhalb Milliarden neue produktive Jobs, Arbeitsplätze. Und das wäre dann sagenhafte Summen von Kredit an Nationen. Das möchten wir mit dir und mit der Jugend, die du repräsentierst, diskutieren, um zu verstehen, was ist denn notwendig, um dann eine Grundlage zu haben, von der aus wir eben von der Regierung ... Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, taurigerweise, denn ich weiß, viele Leute haben noch Fragen live und wir kriegen auch sehr viele E-Mails jetzt gerade in die Inbox. Ich möchte alle dazu auf ermuntern, die Fragen einzureichen, denn wir werden die Fragen weiterleiten an die Panelisten. Ich frage jeden der Panelisten noch, ob sie ein Schlusswort sprechen möchten. Wir fangen mit Shirin an und was hat sie zu sagen. Ich möchte gerne betonen, wie wichtig die Frage von Führung ist. Man muss sich der Wahrheit verpflichtet fühlen, man muss eine Richtung erkennen, die Richtung der Gesellschaft. Vielleicht sucht man sich das nicht aus, Führung zu übernehmen. Vielleicht ist es ein Schicksal, das dich ergreift. Lucy, möchtest du etwas sagen? an alle Jugendlichen möchte ich sagen, wir werden alle sehr alt werden und verschrumpelt mit Falten und die Frage ist deswegen, wenn man da ist, ankommt, kann man dann über das Leben zurück, also nachdenken und sagen, wow, mein Leben war wichtig und ich werde nicht nur Futter für die Käfer und Würmer sein. Carolina als nächste, bitte. kann ich hören? Ja. Ich bin sehr glücklich, es ist das erste Mal, dass wir so eine Art Jugendforum ausgetragen haben. ich denke, was mir geholfen hat zu verstehen, wie man Jugendliche anspricht und organisiert, dass man nicht Urteile fällt, sondern sie inspiriert vom Standpunkt der Nächstenliebe und wenn man Jugendliche gesehen hat, die Drogen auf Drogen sind, und die verrückt herumtanzen auf TikTok und diese Dinge, wenn einem das schmerzt, dann da muss man herausfinden, was die bessere Option ist für diese Menschen und wir müssen die Gelegenheit ergreifen, zu versuchen, ihnen gegenüber die Idee zu kommunizieren, dass wir das alles ändern können, zumindest das Potenzial haben. Je mehr Menschen von Drogen Missbrauch auf der Straße sterben, desto mehr müssen wir uns darum kümmern, die Menschen um die Frage der Nächstenliebe zu organisieren. Vielen Dank für das Seminar. José? Oh, we can't hear you, José. Are you muted? Your microphone is muted according to the technical genius over here. No? Okay, let's work on that. Let's go to Sarah. Would you like to say something to close out? Yeah, I think this is extremely amazing to be all It's it's amazing to be faszinierend, that we all came to come to for a better world and our ideas to fight. Es ist so inspirierend und kraftvoll. Ich bin froh, dass wir die Welt langsam ändern. Ich bin glücklich, Teil dieses Wandels zu sein. Danke. Ich möchte auf das, was Sarah gesagt hat, antworten. Ich stimme voll überein. Es ist inspirierend. Und ich möchte die unsterblichen Worte von Lyndon LaRouche noch mal zitieren. Habt Spaß. Jose, letzte Chance. Denken wie Beethoven. Genau. Ich möchte allen Panelisten herzlich danken, allen, die Fragen gestellt haben, unserem Publikum, das heute zugeschaut hat. Werdet aktiv. Wenn du jung bist oder wenn Sie alt sind, werden Sie aktiv mit dem Schiller-Institut. Wir möchten, dass Sie Mitglied des Schiller-Instituts werden. Unterschreiben Sie die Petition für ein globales Gesundheitssystem. Verbreiten Sie unseres Programm für 1,5 Milliarden produktive Arbeitsplätze und organisieren Sie. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und wir sehen Sie bald wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.